Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit, letzter Schluss. In der letzten Folge von Linux begreifend zur Paketverwaltung geht es jetzt nochmal um Flatpack. Eine Alternative zum bekannten Paketverwaltungssystem von Debian, Ubuntu und Linux Mint. Ein bisschen zu dieser Serie Linux begreifen, also worum es nicht geht. Es ist nicht dafür da, dass ihr jetzt euren Desktop besser einrichten könnt, dass es alles schicker aussieht, sondern ich werde sehr viel auf der Kommandozeile euch zeigen, wie man wirklich mit Kommandozeilenprogrammen umgeht, wie die Parameter sind, was da passiert und so weiter. Also nichts für Clicky-Bunty, darum geht es hier nicht, sondern es geht darum, euch viele Dinge einfach mal näher zu bringen. Die Hintergründe und eine Menge Grundlagenwissen steckt da drin, natürlich mit Praxisbezug. Und ja, dass ihr eure Fähigkeiten auf der Kommandozeile ausbaut bzw. dort einsteigt. Und das Ganze funktioniert heute komplett ohne grafische Oberfläche. Ich werde zwar vieles unter Linux Mint zeigen, aber das Einzige, was ich öffne, ist die Konsole. Also von daher braucht man einen Grafikmodus eigentlich auch nicht, aber lässt sich halt besser zeigen. Neben den Videos, die es in meinen Kanälen gibt, mache ich auch Schulungen und Workshops entweder online oder direkt vor Ort bei euch. Wenn ihr mich dafür bucht und da gibt es verschiedene Dinge, die wir da machen können, prinzipiell alles aus dem Linux- und Open-Source-Bereich, kann ich mir angucken und dann mache ich für euch eine Schulung oder einen Workshop dafür. Wenn ihr das Ganze hinterher nochmal zum Angucken haben möchtet, mache ich daraus auch gerne ein Video. Fragt einfach mal an über mein Kontaktformular und dann gucken wir mal, ob wir da irgendwie was zusammen machen können. Im Laufe der Zeit ist eine Menge an Basisschulungsmaterial zusammengekommen. Das heißt bei mir Administration von Debian und Co. im Textmodus. Und das gibt es für euch kostenlos zum Runterladen. Der Link steht hier unten drin. Und wenn ihr euch die Folien anguckt, dann könnt ihr es natürlich direkt angucken. Und die Folien sind verlinkt unten in der Videobeschreibung. Erstmal grundsätzlich zu Flatpak. Was ist das überhaupt? Also es ist ein alternatives, freies Paketformat, was am Paketmanager der eigentlichen Distribution vorbei arbeitet. Also es verwendet nicht APT, sondern hat eine eigene Struktur. Und dabei werden auch Pakete bereitgestellt, die im offiziellen Paketmanager nicht mit dabei sind. Denn es können dabei auch kommerzielle Programme mit bei sein. Und ja, also das ist unabhängig von der Distribution. Dasselbe Flatpak läuft dann auf dem Ubuntu, auf dem Linux Mint, auf dem Arch Linux und was weiß ich noch alles. Also von daher für die Hersteller von Paketen von proprietärer Software ist das durchaus eine praktische Art und Weise, wie sie ihre Pakete verteilen können. Denn die brauchen das Paket bloß einmal zu bauen und sind damit unabhängig von der jeweiligen Distribution. Da es diese Parallelstruktur gibt, bringt Flatpak eigene Bibliotheken mit. Die müssen natürlich auch einzeln gewartet werden durch Flatpak selbst. Und da es extra ist, braucht es natürlich auch nur zusätzlich einen Speicherplatz auf der Festplatte oder der SSD. Die meisten von den Flatpacks kommen aus dem FlatHub, aber das ist jetzt kein Zwang, dass man die von da nimmt. Aber das ist halt so der größte Marktplatz, wo diese Pakete bereitgestellt werden. Die Flatpacks laufen in einer geschützten Umgebung, so einer Sandbox, was die Sicherheit erhöht bzw. erhöhen soll. Ja, also Sicherheitsmaßnahmen können natürlich irgendwie wiederum Sicherheitslücken haben, sodass man da vielleicht auch wieder ausbrechen kann. Aber prinzipiell erhöht es die Sicherheit, sodass auch Anwendungen, denen man vielleicht nicht so hundertprozentig vertraut, also proprietäre Anwendungen, dass man die da drin laufen lassen kann, ohne sein ganzes System zu kompromittieren. So ein bisschen der Hintergrund dabei. Andererseits kann diese Sandbox-Technik auch dazu führen, dass es Zugriffsprobleme gibt, wenn diese Applikation mit anderen oder mit anderen Komponenten im System interagieren soll. Das haben wir gerade wieder festgestellt, als wir in einem Livestream ausprobiert haben, wie einfach man mit OpenSearch 2D so Plattformer, also so Jump'n'Runs bauen kann. Denn das Ganze wird als Flatpak ausgeliefert, aber wir haben es nicht hingekriegt, Dateien so abzulegen, dass die dort verändert und da drin wieder geladen werden konnten. Letztendlich haben wir das Ganze einmal aus dem Quelltext neu gebaut und schon hat es funktioniert. Also Sandboxing ist eine gute Idee, diese Absicherung, aber kann auch zu Problemen führen. Flatpacks können sowohl für einen einzelnen Benutzer bzw. durch den selbst installiert werden oder auch systemweit, wie man das von APT kennt. Und wenn man das für einen Benutzer nur installieren möchte, dann kommt der Parameter "--User mit dazu und das gilt für die meisten von den Flatpak-Befehlen. Einige Distributionen bringen schon Flatpak-Unterstützung direkt mit, wenn man es installiert hat, ist es schon mit dabei. Bei anderen kann man es nachinstallieren und andere wie Ubuntu zum Beispiel wollen das eigentlich gar nicht, weil sie eine Alternative haben namens Snap, damit man in dem Canonical-Universum bleibt und von denen noch ein bisschen mehr abhängig ist. Aber man kann auch bei Ubuntu Flatpak nachinstallieren. Das Ganze ist jetzt nicht wahnsinnig schwierig, denn auch unter Ubuntu findet sich das Flatpak-Paket ganz normal über APT und man kann es darüber installieren. Und wenn man das Ganze nicht nur auf der Kommandozeile machen möchte, sondern auch in dem jeweiligen App-Shop den Paketverwalter der Desktop-Umgebung verwenden möchte, kann man sich für Gnob noch das Paket hier dazu installieren oder bei KDE das hier. Und damit es auch Paketquellen gibt in dem Flatpak, das ist so ähnlich wie bei APT, wo man es eintragen muss, das ist sehr ähnlich so. Da läuft das allerdings nicht über eine Datei, sondern es gibt dieses Flatpak-Kommando und dann fügt man die jeweilige Quelle hinzu. In diesem Falle das Flat-Hub, wo wirklich das meiste drin ist. An den Balken habt ihr es wahrscheinlich schon gesehen, dass ich wieder in der virtuellen Maschine das Ganze mache. Und da bin ich heute mal bei einem Debian 12 mit KDE unterwegs, weil ich das mal ausprobieren möchte, wie das Ganze mit dem Discover funktioniert. Aber gucken wir erstmal. Also Flatpak ist noch nicht installiert. Bei dem Debian kommt es nicht in der Standardinstallation mit. Also müssen wir es einmal nachinstallieren und dafür brauchen wir wieder Root-Rechte unter Debian SU-, so wie hier. Und wenn ihr jetzt unter Ubuntu oder Linux Mint wärt oder was anderem, was so aus Ubuntu abgeleitet ist, dann macht ihr das über sudo-i, gebt das Passwort ein und dann seid ihr Root. Gut, aber da ich hier unter dem Debian bin, SU- mein Passwort und jetzt kann ich das hier einfügen. So, dann werde ich ja nochmal gefragt, ob ich das wirklich installieren möchte. Ja, möchte ich. Dann werden die Pakete runtergeladen und auch installiert. Und schon habe ich das Flatpak-Kommando auf der Kommandozeile. Aber ich möchte das ja nochmal ausprobieren hier mit dem Discover. Also das ist die Paketverwaltung von KDE, also die Oberfläche für verschiedene Dinge, also für APT sowieso. Aber Flatpak kann man hinzufügen und das gucken wir uns gleich mal an, was man da so machen kann. Damit wir allerdings schon mal eine Paketquelle drin haben, kommt das natürlich auch noch mit dazu. Und da einmal rein. Das war es auch schon. So, dann gucken wir mal, Discover ist das hier. Ist auch das erste Mal, dass ich das jetzt starte. Das ist eine ganz frische, virtuelle Maschine. Und ja, genau. Jetzt haben wir hier die Pakete, die es sowieso gibt. Und dann sind auch irgendwo die Flatpacks mit dabei. Oder es kann auch abstürzen. Starten wir es immer neu. Probiere ich mal hier 0 AD, dieses Echtzeit-Strategiespiel. Dazu gibt es auch ein Flatpak. So, und oben steht hier Paketquellen. Da kann ich umstellen von dem, was direkt über Debian kommt, auf das Flat Hub. Und da steht jetzt hier, 1,7 GB werden runtergeladen und dann hier 3,2 GB werden auf der Festplatte verwendet. Ja, also ich kann mir hier aussuchen, was ich gerne haben möchte. Denn dabei wird es wahrscheinlich eher so sein, wenn die jetzt in schneller Folge was Neues rausbringen, dass auf dem Flat Hub das Ganze schneller aktualisiert wird als bei Debian. Denn bei Debian wird ja üblicherweise die Versionsnummer beibehalten. Und es werden nur Sicherheitslücken und andere Fehler korrigiert. Aber, wenn möglich, wird die Versionsnummer beibehalten. Also, bei Flatpak, Flat Hub habt ihr üblicherweise das neuere. Das war dann mal so ein kleiner Ausflug in den grafischen Teil. Aber darum soll es ja hier eigentlich nicht gehen. Also, gucken wir uns einmal an, was es so alles dort auf der Kommandozeile gibt. Und einmal haben wir hier die Paketquellen, die wir uns auflisten lassen können. Also, ich behalte so diese Termini bei, die wir auch bei APT schon gehabt haben. Also, ich sage jetzt hier Paketquellen und nicht Remotes. So heißt es in dem Bereich von Flatpak, sagt man Remotes. Dann gucken wir einmal, was wir da für verschiedene Remotes drin haben. Also, wir haben das Flat Hub drin als einzige Paketquelle, Remote. Und wir könnten natürlich auch weitere hinzufügen. Wenn wir das Ganze jetzt wieder entfernen wollen würden, dann Flatpak, Remote, Delete. Und wie das Ganze heißt, also das Einzige, was wir haben, wäre jetzt Flat Hub. Wollen wir aber noch nicht. Dann können wir natürlich auch suchen. Wenn wir jetzt einen Suchbegriff nehmen und, ja, wenn ich jetzt einfach mal hier 0 AD. Ich schreibe das mal so. Mal gucken, wie gut die Suche ist. Da haben wir jetzt, ja, leider ist das so. Gut, das erste ist so ein bisschen abgekürzt. 0, 1, 0. Also, die Suche davon ist nicht so wirklich schön. Mal gucken, ob es so. Ah, okay. So kriegt man es hin. Also, der Name wäre jetzt hier, wie wir es auch gesehen haben, so. Und es gibt die komplette Anwendungskennung, die ich irgendwie App-ID mal nenne, wo der komplette Pfad dahin quasi ist, sodass das wirklich eindeutig ist. Denn es könnte ja auch mehrere Anbieter geben, die ein Paket bereitstellen, was genauso benamst ist. Und dann könnte man da verschiedene Anwendungskennungen eingeben, damit man das vielleicht von dem einen Kanal kriegt oder von einem anderen. Aber wenn wir das jetzt installieren wollen würden, nehmen wir jetzt das hier. Wenn wir das Ganze jetzt wirklich installieren wollen, machen wir es so. Nehmen wir einmal das hier und packen dann die Anwendungskennung hinten dran. Das sollte eigentlich eindeutig sein. Es soll kein anderes geben. Und es wurde gefunden im Flathub, genau wie wir es auch gesehen haben. Wenn ich das jetzt installieren möchte, dann lädt es mir hier haufenweise Zeugs runter. Da kommt ein bisschen was dazu. Es kommen einmal diese Plattform-Dinge mit dazu. Das sind so Laufzeitumgebungen, die Bibliotheken mitbringen und alles Mögliche. Denn wir machen ja eine Parallelinstallation zu den Paketen und Bibliotheken, die im System sind. Also von daher sind einige Sachen dann auch doppelt mit dabei. Und da sieht man dann auch, dass da ein bisschen was zusammenkommt. Also das hier braucht schon mal 333 MB. Dann hier nochmal ein bisschen was dazu, ein bisschen was dazu. Und das ist bloß die Größe, wie es runtergeladen wird. Entpackt wird es nochmal größer. Wenn ihr jetzt aber mehrere Flatpacks habt, die dieselben Plattformen beziehungsweise diese Laufzeitumgebungen verwenden, dann werden die natürlich nicht mehrfach runtergeladen und auch nicht mehrfach installiert. Das ist so wie bei den Bibliotheken im System. Dieselbe Bibliothek wird üblicherweise bloß einmal installiert. Es sei denn, es gibt zwei Versionen, die parallel installiert werden sollen. Aus welchen Gründen auch immer. Und so ist es hier auch. Also von daher ist es hier so, das erste Flatpak, was ihr installiert, wird neben dem Eigentlichen nochmal eine Menge mehr dazu runterladen und auch installieren. Aber umso mehr ihr dazu packt, desto weniger wird dieses Verhältnis von das will ich eigentlich haben und das kommt nochmal als Ballast mit dazu. Wenn ich das jetzt wirklich installieren wollen würde, dann würde ich natürlich jetzt Y sagen. Ich mache das hier einmal, damit man es ein bisschen sieht. Und dann läuft die Installation, erstmal das Runterladen hier mit diesen einzelnen Kullern los. Und ja, dann nach einer gewissen Zeit hat man das denn installiert. Ich lasse das jetzt einfach mal im Hintergrund ein bisschen durchlaufen. Man kann das auch ein bisschen anders machen, indem man den Schritt mit dem Suchen und dem Installieren zusammenfasst, indem man gleich hier sagt, Flatpak Install und Suchbegriff. Und dann bekommt man so eine Liste mit den Treffern und kann sich aus der Liste einfach was aussuchen und sagt, ja, das soll es aber sein. Das Programm zu starten, das ist ein bisschen anders. Man braucht dafür wiederum Flatpak Run und dann wiederum diese App ID. Und dann startet das Ganze. Ja, und schon ist es auch fertig, auch wenn es ein relativ großer Klopper ist. Dann gucken wir einmal nach, was wir überhaupt schon so drauf haben mit Flatpak List. Und da haben wir jetzt die verschiedenen einzelnen Plattformen und auch die Anwendung selbst. Und da haben wir diese Anwendungskennung. Und wenn wir das Ganze jetzt starten, also nicht mit Routrecht natürlich, sondern ich mache mir jetzt mal ein neues Unterfenster. Da bin ich wieder ich selbst, also der Testbenutzer. Und Run. So. Ja, mal gucken, ob wir hier überhaupt ein Bild... Obwohl, ach, das funktioniert auch in der virtuellen Maschine. Hätte ich jetzt gar nicht unbedingt gedacht, dass das... Obwohl, es zuckelt natürlich, ne? Ist nicht dafür gedacht, dass man es in der virtuellen Maschine ausführt. Aber es geht. Haben wir gesehen, es geht. Mehr sollte es auch gar nicht sein. Ja. Ah. Jetzt will ich bloß noch raus. Also die Maus und dort, wo sie registriert wird, scheint nicht unbedingt derselbe Punkt zu sein. Hm. Gucken. Wenn es jetzt aufleuchtet... Immerhin leuchten diese einzelnen Felder auf, sodass ich dann peilen kann. Ja. Gut. Also in der virtuellen Maschine ist es sowieso Quatsch. Wir wollten uns einmal gucken, ob es überhaupt funktioniert. Und ja, es funktioniert. Wenn wir jetzt bloß gucken wollen, welche Pakete oder Anwendungen wir installiert haben, dann geht das so. Und da haben wir wenig verwunderlich, wirklich bloß das eine hier. Und dann können wir auch noch gucken, wie die Vergangenheit ist. Also wie das Protokoll vergangener Installationen ist. Das sieht dann leer aus. Gucken. Vielleicht muss ich das unter Root machen. Genau. Muss ich unter Root machen, weil ich es dort auch installiert habe. Also da steht dann, es wurden folgende Sachen runtergeladen und dann auch installiert. Natürlich muss man diese Flatpacks und die Anwendungen und diese Plattformenpakete auch hin und wieder mal aktualisieren. Da gibt es den Flatpack Update. Wenn man irgendwann auch was deinstallieren möchte, geht das über Flatpack Uninstall mit dieser App-ID oder wie die es hier nennen, mit der Anwendungskennung. Ja, genau. Dann wird es entfernt und dann kann es natürlich sein, dass wir jetzt Laufzeitumgebung nicht mehr brauchen. Oder Erweiterungen gibt es auch noch mit dazu, die wir dann nicht mehr brauchen, weil diese Anwendung, die wir entfernt haben, die einzige ist, die es noch benötigt hat. Das ist so ein bisschen wie dieses APT und Auto-Remove. Das entfernt unnötige Teile, die keiner mehr braucht. Und so ähnlich ist es hier auch. Flatpack Uninstall-Unused. Wie bei all diesen Dingen kann es natürlich früher oder später zu Problemen kommen und dort gibt es Möglichkeiten zur Fehlerbehebung. Einmal gibt es hier Flatpack Repair. Das behebt Inkonsistenten zwischen den Paketen und Plattformen irgendwie. Also probiert das mal aus, wenn irgendwas nicht funktioniert. Oder falls irgendwas mit den Zugriffsrechten nicht mehr funktioniert, gibt es dafür dieses Flatpack Permission Reset und dann die App-ID, diese Anwendungskennung mit angeben. Und dann werden die Zugriffsrechte zurückgesetzt. Das bezieht sich üblicherweise auf diese Portal-Zugriffsrechte. Portal sind native Bestandteile des Desktops oder des Betriebssystems, sowas wie der native Dateiauswahl-Dialog. Und das braucht so eine Kommunikationsschnittstelle, da die Flatpacks in dieser Sandbox, in dieser geschützten Umgebung laufen und daraus kommunizieren müssen. Und dafür müssen Zugriffsrechte erteilt werden. Und falls sich dort irgendwas verhakt, probiert es mal aus mit dem Permission Reset. Und ja, ansonsten gibt es natürlich noch deutlich mehr Informationen hier drunter. Ihr müsst das jetzt nicht abtippen, denn unten unter dem Video ist das verlinkt, die Folien dazu. Und da in den Folien ist alles, was irgendwie blau hervorgehoben ist, sowieso ein Link. Und hier ist er mal ausgeschrieben. Also da braucht ihr Lust drauf zu klicken, direkt in die Folie. Und natürlich ist es ganz praktisch, diese ganzen Befehle, die ich hier habe, zum Kopieren und Einfügen direkt aus der Folie zu nehmen, anstelle es selber zu tippen. Dann noch so ein kleines Was-ist-wo. Denn diese ganzen Dateien müssen ja irgendwo landen. Also diese Laufzeitumgebung, die Anwendung und auch die Konfiguration dazu. Wir haben zwei Varianten von dem Ganzen. Einmal systemweit liegt es unter Valib Flatpak. Wenn es jetzt als Benutzer und unter einem Benutzer installiert, dann liegt es im Home, verzeihendes Unterpunkt, Local, Share und Flatpak. Gucken wir mal kurz rein, was wir da schon so gesammelt haben. Einmal hier das Systemweite. Da haben wir jetzt diese einzelnen Punkte drin. Also App, Exports, Repo, Runtime, AppStream. Und unten habe ich nochmal aufgelistet, die lokale Paketquelle ist unter Repo drin. Laufzeitumgebung unter Runtime und Anwendung unter App. Ja. Wenn wir jetzt da nochmal reingucken, was unter die Maus für dein Eigenleben. Was da so drin ist, dann haben wir hier Objekte. Ganz viel Kleinkram. Ja, das haben wir da. Und wenn wir jetzt das andere nochmal gucken, hier drunter unter unserem Benutzer. Da haben wir denn auch so ein bisschen was drin. Da haben wir auch wieder das Repo drin. Und DB noch mit dazu ist allerdings leer. Ja, das war es dann auch für dieses Mal. Einmal der kurze Durchlauf durch Flatpak auf der Kommandozeile. Wie das Ganze funktioniert. Die Grundlagen mit Installieren, Deinstallieren, Aktualisieren, Suchen und so weiter. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Vielleicht habt ihr eine neue Möglichkeit gefunden, wie ihr aktuellere Pakete auf dem Debian zum Beispiel draufbringt. Und natürlich habe ich auch so ein paar Nachteile dabei erwähnt. Ansonsten macht es natürlich gerne nach oder lasst es bleiben. Auf jeden Fall gerne abonnieren, Glocke drücken und bis dann. Und tschüss.